hey leute und willkommen zu einer neuen folge let's play live in the woods minecraft das schöne modpack von der petran gemacht und ja letztes mal haben wir hier ich steh fast im kompost drin muss ein bisschen mal grünzeug holen hier haben wir letztens die dings hier gemacht die kisten dinge habt ihr gesehen was da war da war fahren naja flowery oak leaves ich werde jetzt mal hier den baum killen dann kriegen wir neues holz und so kommen jetzt noch einer der fallen alle bäume übrigens kann man ja auch naja fruchtbäume wie auch immer man obstbäume genau jetzt kann man auch machen indem man ein normales normalen oak sapling nimmt oder normalen sapling und dann eine frucht dazu liegt oder so und dann zieht frucht zieht oder so muss ich gleich mal ausprobieren mal schauen wie das ob ich noch irgendwo apple habe so oder so so okay ah ich glaube ich muss mich mal hochstecken oder so ich weiß nicht mit was die ich anfällst hier hoch noch mehr kein bock mehr die blume kann zum beispiel verschrotten ach guck hier haben wir ein sapling bekommen das war sehr schlau wartet so zack selber mal kurz gucken hier drauf da darauf hier drauf und ihr muss irgendwo das holz sein oder auch nicht doch da ich hoffe wir haben alles jetzt haben wir glaube ich alles jetzt müsste es alles decayten hier so okay ja wir können hier die blumen noch mitnehmen oder was dann können wir alle eindämmen in kompost pang so nein da war schon wieder fahren so plop 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 den fahren dürfen wir nicht kaputt machen so machen das hier alle kaputt zack die fücher machen wir auch kaputt so ich glaube das sieht schon mal gut aus ist da ein baum tatsache so das holz habe ich hoffentlich so mal schauen was wir hier noch machen können ist noch ein okay das war ein fail so okay wir gucken was hier noch so um den äh um einen berg drum herum ist was ist das noch irgendein fahn okay blumen und noch irgendwelchen fahn guck mal was ist da das ist alles dieses dunkle zeug hier was alles klar hat dir das geschehen wo kam das viel her da das brauche ich ich gehe mal da oben hin mal gucken was hier so abgeht so zack 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 oh hier sind dunkle pilzer nehmen wir mit hallo das sind kühe na na dann und jede menge pilze müssen wir gucken was aus unseren anderen pilzen geworden ist weil äh ja ne cool das ist ja richtig nice so okay dann probiere ich jetzt mal ähm ja wenn ich jetzt wüsste ne hi ich habe glaube ich kein dings dabei äh kein weed kein kein dings naja weed ne so ganz schön dunkel hier ich sehe schon das hier alles spawnt bist du etwa angry with me ey ich habe gar nichts gemacht mensch verschämtes vieh ich bin voll ich schmeiß jetzt das weg ich sag ich schmeiß das hier weg sooo dann werde ich hier auch mal ausleuchten würde ich sagen boah ist ja riesig hier ach da kommt schon wieder so eine spinne an Mann was soll das denn warum verschämt er ist ja riesig hier boah ich hätte hier mein Haus bauen sollen im Ernst jetzt ist ja riesig ach nö 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 geh doch hoch klar ich glaube ich sollte nach Hause gehen sofort und dann hole ich mir gleich nochmal die äh ich hole mir gleich die äh die Kühe das ist einfach nicht zu sicher hier das ist super gefährlich hier zum Beispiel so gut geht ne äh darf ich mal nein ich möchte gerne zu Hause heile ankommen bitte achso Gott ja auch noch rüber sorry sorry dass ich fest am Mikro hänge ähm ähm ist etwa ein Creeper ja okay der sieht mich nicht ne los 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 lauf ich muss hier hoch lauf 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 gut 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 ich glaube ich bin einigermaßen sicher hier ich baue mal kurz hier zu sonst so geh mal schnell ins Bett so gut 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 so dann werde ich jetzt erst mal ein paar sachen hier reinschmeißen so wie die dinge fahren blumen natürlich ja eichensetzlinge brauche ich vielleicht noch pilze sind geil hm so grünzeug wieso habe ich das nicht reingetan so achso ist voll okay grünzeug was haben wir denn hier noch Mob Drop das ist Mob Drop und Essen ist das ich würde sagen die Feder ist auch Mob Drop wir haben Stein ach hm so nochmal wir haben Holz wir haben Stein und wir haben Glas gleich muss mal gucken was die Grillen draußen machen aber erst brauche ich das zu essen und es ist draußen natürlich wieso auch nicht ich nehme gleich mal von hier na so zack na so guck mal wenn man sich nicht drauf konzentriert ist ja alles so schön so jetzt würde ich gerne erstmal hier abernten so die zwei sind fertig das ist fertig äh so ich gehe einfach rüber und ernte einfach alles was mir in die Finger kommt so da ist einer da ist keiner aha jetzt im Ernst ich brauche einfach nur einen Rechtsklick und brauche ja nicht mal drauf gucken was so äh das ist noch nicht fertig okay Kartoffeln so was war das hier Turnip so äh äh wir haben hier noch Ruta Barga äh haben wir glaube ich nicht äh was haben wir hier oh hä Ruta Barga Ruba Bar irgendwas okay von diesem Ruba-Bar-Dingsbums haben wir was okay wenn du das richtig oh Barg oh Barg okay okay die anderen sind eigentlich egal so hier ist schon wieder fertig was ist das Ken Lobe davon haben wir auch was so ja nice ne so das ist noch nicht fertig das ist fertig das ist fertig äh das war Orca 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 zack so äh da haben wir auch fertig ich dachte was denn jetzt so das ist auch fertig und die Sträucher werden sowieso nie was hä wieso wechseln bei euch okay was soll das tja unfassbar diese Viecher heutzutage wir brauchen mehr ne ach gucke mal hier ich brauche nur rechtsklick machen so alle die sie gut sind kann man pflücken würde ich sagen ne okay fast alle ja okay so die Kiste ist voll ich würde mal sagen wir nehmen mal ein bisschen mit und äh dann machen wir unsere Nahrungskiste auch mal voll Alter ich seh schon wir brauchen drei Millionen Kisten für Essen so erstmal hier rein wir müssen alles essen ach geil zack 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 äh wir sind voll wo noch Kisten äh Holz okay dann machen wir halt noch Kisten äh warte wir brauchen noch mehr ähm so äh wo haben wir es hier so zack da machen wir erstmal ein paar Kisten ne so zehn Kisten ja okay so vielleicht können wir Obst und so äh getrennt machen so jetzt geht es hier weiter da was man kann nicht Kiste in Kiste machen was ist das ich bin gerade ziemlich enttäuscht dann machen wir halt so zack man kann nicht Kiste in der Kiste machen zack unfassbar ich mach das mal weg glaub ich nein quatsch nicht weg machen mach ich hier mal jetzt eine Obstkiste oder so so Obst wir haben ja auch so viel nicht will ich mich verarschen wenn ich hier gleich kein äh Dingschen kriege ne kein äh Marmor dann kriege ich die Krise soll ich wirklich Marmor nehmen wieso nicht ne so machen wir Marmor tse so und dann machen wir hier Marmor jo und gleich mal korrigieren so ähm keine Spitzsack mehr so ich guck jetzt trotzdem mal guck wenn ich auch vielleicht kann man da die Seats oder so reintun guck mal erstmal haben wir jetzt wieder Platz und machen so Seats 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 und das war's nicht schlecht ne so zack vielleicht können wir mal hier kurz ähm ich brauche ne Spitzsack ich krieg die Krise hier und wir haben kein Holz mehr und Erdkissen haben wir natürlich auch nicht ach man so so Holz ich wollte ich wollte ah man 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 ich wollte die Kühe holen ich weiß nicht mal wo die rein sollen so so soweit komm's noch so das wächst sehr gut jo da ist noch nichts fertig wieso ist hier schon wieder mh okay oder soll ich draußen es verlassen ich kann's ja erweitern ich weiß nicht ich wollte erstmal gucken ob ich Früchte hab äh ich hab erstmal das 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 essen mob drop essen essen mob drop essen so dann machen wir erstmal hier ein bisschen Einräumen Aktion jetzt zack 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 Holz nö äh Steine nö Grünzeug da hatte ich was gehabt doch ja äh mob drop zack 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 Obst äh ich würde sagen Kübis ist Obst wie auch immer ist auch egal zack zack das sieht gut aus hier ein Zombie okay gute Nacht das muss ich nicht haben so so was jetzt ähm Kühe wo soll ich euch hinpacken draußen brauchen Zäune ähm ähm wir haben noch sieben Zäune okay ähm dann gucken wir mal kurz hier so vielleicht reichen sogar 22 Zäune ähm brauchen Holz für ein Tor so so jetzt geht mir doch endlich dieses verfluchte Tor Mensch so endlich wieso haben wir zwei auch Knöpfe wir machen ständig Knöpfe kann das sein ach jetzt haben wir drei Knöpfe toll super und wir brauchen Weizen für die für die Kühe könnten ja theoretisch uns hier irgendwie durchbauen oder hier rumgehen ich hab da hinten ja auch Kühe schon gesehen mach erstmal draußen das Feld fertig für die so ähm Zäune so so komm nee so na so los so ich glaube das reicht sogar für die Kühe so hier hier dort so wir machen alles kaputt für die Kühe alles nur für die Kühe so na nee ich sollte mal alles anpflanzen an Weizen hier so zack so ups kann man das Loch auch zumachen oh ich hab aber keine keine Dings okay erstmal so zack oder oder ein Tor ich hätte zwei Tore machen sollen wegen von außen und von innen irgendwie naja was soll's hm hm ich kann ja kurz mal gucken warte so erstmal machen und dann können wir hier das weitere Feld nochmal anpflanzen erstmal um die Kisten drumrum und so können wir hier noch was abpflanzen so okay gut kann wieder die Hälfte irgendwie anpflanzen so wartet das ist noch eine Hau die auf ihren Einsatz wartet so das kann auch weg so zack so schon oh schon wieder was fertig oh noch was so und dann können wir hier nochmal den Rest anpflanzen so okay ich würde sagen das sieht doch ganz gut aus so ich bräuchte jetzt ein so ein 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 Dingsbums ein Erdstück Block ne das soll Ding nämlich nicht ich könnte ja ist gut lassen wir's wir lassen es dabei okay wir haben kein Holz dabei ne ne okay hm so soll ich so oder so rumgehen Ich würde sagen, wir gehen so rum. Nicht hier noch. Da ist noch eine Kiste. Ich nehme mal eben das Holz hier mit. So. Vielleicht können wir da noch ein Tor draus machen. Dann brauchen wir auch nicht immer außen rum. Dann machen wir uns für da hinten noch ein Tor. So. Boah, ich bin voller Essen. Gibt es ja gar nicht. So. So, dann machen wir uns gleich zwei Toren. Ich muss mal was essen hier. Was nehmen wir denn mal? Die Rasberries. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht angepflanzt. Oder die Cranberries. Da. Ich habe ihn satt. So. Dann können wir mal von hier aus... So machen. Zack. Okay, ich sollte jetzt mal rausgehen. Und dann vielleicht hier noch. Damit ich hier auch mal raus und rein kann. So. Gehen wir jetzt mal kurz Kühe holen. Bin gleich wieder da. So. Oder ist es doch eher einfacher? Ich glaube, es ist fast einfacher, hier lang zu gehen. Fahren. Sind sie schon wieder hier Bäume, Mensch? Die pflanzen ich doch nicht wirklich... Ich habe doch alle Säcklinge aufgehoben, oder nicht? Ah. Okay. Dann hole ich jetzt mal Kühe, bitte. Kurz. So. Bevor es wieder dunkel wird. Ich habe das Gefühl. So. Ja, ich glaube, es ist die richtige Richtung. Guck mal, hier dunkle... Dunkle Pilze wieder. Nee. Hä? Bin ich hier noch richtig? Ich glaube schon doch. Ja, okay. Okay, da ist eine Kuh. Ja, ich brauche aber noch eine. Äh... Kühe? Ey. Da oben ist noch eine Kuh. So. Äh... Jetzt müsste ich drei Kühe haben. Da hinten sind Schafe. So, äh... Kommt ihr mal mit? Seid ihr jetzt nur zu zweit? Na ja, ist egal. Solange ihr es überlebt, ist mir das egal. Kommt ihr? So, hier runter. Einmal hier rum. Äh, hier rüber meine ich. Super, macht ihr das. Ja. Kommt mal hier hoch. Oh Gott, hab ich eine verloren? Nee, ne? Äh... Äh... So... Ist er noch da? Gut. Gut. Gut, 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 gut. Ey, bis jetzt läuft's ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. So, äh, hier entlang. Wie so lokomotiv, ne? So. Gott, was denn ein Loch hier ist, äh? Das schafft ihr, oder? Komm, es wird dunkel. Glaube ich. So, äh... Jetzt müssen wir... ...misschen hier hoch. Nein, äh... Ja, nee. Gehen jetzt hier runter. Kommt. Schaffen wir. So, wir sind unter der Brücke. So, kommt mit. Okay, das schaffen wir. Kommt. Und jetzt hier rein. Bitte einzeln. Einer nach der anderen. Wieso sind Tiere manchmal so blöd, ey? Kommt schon, Kuh. Kuh? Bitte? Ja, komm doch rein. So, danke. Darf ich mal... So. Jetzt. Okay, sorry, dass ich so weit weg war. Äh, so. Na, du bleibst drinnen. Und ich geh schnell rein. Weil, äh... Wegen warum. Okay, die Folge ist zu Ende, würde ich sagen. Ich, äh, sortier mal eben hier das Essen ein. Boah, ist das viel Kram. Äh. Können hier auch mal eben wieder das, das... Zeug da rein schmeißen. So, das ist Fahnen. Bambus. Ich brauche Bambus. Ja, okay, den Bambus. Aber ich habe, glaube ich, welchen. Ich frage mich, wie der aussieht. Wenn ich den verarbeite. So, vielleicht. Ne. Kann da rein. So, okay. Äh, dann würde ich sagen, hier kommen die Seeds und Obst rein. Alter Schwede. Du Mistviech. Du schießt auf mich in meiner eigenen Wohnung. Was soll das? Ih, Drecksack, äh. Tja. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für die Folge. Sie hat euch gewonnen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute Nacht. Tsch. Tsch.